Der Funkbewegungsmelder reagiert auf Bewegungen im Erfassungsbereich des Sensors und sendet ein Funksignal aus, das von Alarmanlagen der Protect-Serie empfangen werden kann. Batterieabdeckung des Bewegungsmelders abschrauben. Zwei der drei Batterien gemäß der Kennzeichnung im Fach einlegen. Um den Bewegungsmelder an der Basisstation anzumelden, wählen Sie den Menüpunkt Registrieren und bestätigen Sie mit OK. Nun die dritte Batterie gemäß der Kennzeichnung einlegen. Der Bewegungsmelder wird nun an der Basisstation angezeigt und kann nun umbenannt werden. Löschen Sie den vergebenen Namen und geben Sie einen neuen Namen über die alphanumerische Tastatur ein. Schließen Sie die Eingabe mit OK ab. Im Anschluss wird über Druck auf die OK-Taste beim Menüpunkt Aufnahme der neu vergebene Name des Sensors akustisch aufgezeichnet. So wird im Alarmfall durch den Anruf der Basiseinheit deutlich, durch welchen Sensor der Alarm ausgelöst wurde. Garage Schließen Sie die Registrierung durch Druck auf die OK-Taste ab. Neben den Standard-Modi Alarm zu Hause und lautlos ermöglicht Ihnen der Bewegungsmelder die Nutzung des PER-Zuhause-Modus. In diesem Modus wird der Bewegungsmelder im Zuhause-Modus abgeschaltet, um Fehlalarme durch nicht zu vermeidende Bewegungen etwa von Bewohnern oder Haustieren zu unterbinden. Nun können Sie das Batteriefach wieder verschließen und den Bewegungsmelder mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel montieren. Videos zur Inbetriebnahme von weiterem Zubehör finden Sie in unserem YouTube-Kanal unter dem jeweiligen Zubehör. Das ist die Verkaufnahme von weiterem Zubehör.